... Showblogs und ich kann euch sagen, es wird gleich zu Anfang die Bühne beben. Es gibt einen ganz bekannten Spruch, der da heißt, Salsa ist etwas zum Essen. Das, worauf man tanzen kann, heißt Mambo. Seit ich selbst in der Salsa-Szene aktiv bin, ist Anjo aus Freiburg mit seiner Mambo Rico Dance Company ein feststehender Brief und er ist ein Pionier der deutschen Salsa-Szene. Anjo ist nicht nur bekannt als hervorragender Didakt im Unterricht, sondern auch als Begründer der Mambo Rico Dance Company und die liefert immer feinsten Mambo im Big Apple Style. Freut euch mit mir auf Anjo und Genia! Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018